Jo, heute steht das Poolprojekt ab. Ab demnächst der Pool ist noch dreckig und ich muss den irgendwie sauber bekommen. Dafür habe ich hier noch irgendwie so einen Kärcher und diesen Wesen. Ich habe das meiste weggesaugt und jetzt muss ich mich noch um sowas kümmern. Jetzt sauber ich hier das ganze Krasse raus. Boah, ich bin fertig für heute. Das habe ich jetzt alles noch rausgeholt, dieses Dreckswasser. Und so sieht es gerade unten aus. Alles, was jetzt noch am Sand liegt, ist zum Glück lose. Und ich hoffe, dass das dann die Sandfilter lageregelt. Jetzt lasse ich mein Wasser ein. Und jetzt lasse ich mir hier mal hin. Und jetzt lasse ich mir mir mal hin. Vielen Dank.